So, hallo, ich grüße euch zur nächsten Variante von Wördel. Nördel. Rechenaufgaben, die man erraten soll. Also, ich weiß noch nicht ganz, ich schreibe jetzt hier irgendeine Rechenaufgabe rein. Also, zum Beispiel, keine Ahnung, 12 plus, weiß ich nicht, 34 ist gleich 56. Ach, 56. Ich wollte eigentlich was schreiben, ja, das ist schon wieder, ich wollte eigentlich was schreiben, wo ich genau das, wo ich nämlich, ähm, mehrere Zahlen drin habe. Äh, so kommt da nicht 56 raus, warte mal, zurück, 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 delete. Ich will sechs verschiedene Zahlen, das wird doch hinzukriegen sein. Äh, machen wir mal 15 plus... 36. Ja, jetzt ist die 1 doppelt, ja, okay, scheiß drauf, jetzt ist halt mal die 1 doppelt. Ist 51. So. Ähm, ja, die 1 ist jetzt doppelt und die 5 ist jetzt... ach, komm, ist ja wurscht. Wir gucken mal, wie das Ganze aussieht. Enter. Okay, das ist gleich ist an der richtigen Stelle, das heißt, das Ergebnis ist zweistellig. Das ist schon mal gut, es wird aber nicht plus gerechnet. Das ist schon mal schlecht. Die 5, die 3 und die 6 kommen irgendwo vor. Das ist sehr schlecht. Das sagt mir ja noch überhaupt nichts. Okay. Und die sind an der falschen Stelle, so. Haaah. Na gut, dann machen wir halt mal... Okay, die 1 ist gar nicht dabei. Hm. Okay. Dann machen wir halt mal... Wenn was zweistelliges rauskommen soll... Und es ist kein Plus... Im meine, es gibt ja noch die Möglichkeit, was mit mal zu machen. Okay. Wie würde man das denn jetzt schreiben? Also irgendwas mit 5. Aber die 5 könnte auch im Ergebnis... Also das ist noch ganz schwierig, jetzt irgendwas draus zu basteln, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich denke schon viel zu weit. Ich glaube, ich denke schon viel, viel, viel zu weit. Wir machen jetzt einfach mal... Weiß ich nicht... 200... Das werden wir mal auch die anderen Zahlen reinnehmen und gucken, ob die auch vorkommen. 248... Geteilt durch... Durch was teile ich dich denn mal? Ich teile dich mal durch... Lass mich nachdenken... Durch 4 teile ich dich mal. Die 48 geht ja durch 4, also geht auch die 248 durch 4. 200 durch 4 ist 50. 48... 48 durch 4 ist gleich... Äh... 12... Dann hätten wir 62. So, ist gleich... 62. Ach, shit! Die 5, 1... Die 5 und 1 ist ja rot. Also es kommt keine 5... Okay, ich habe auch keine 5... Aber wait, es kommt eine 5 vor, die zweite 5... Okay, es kommen nicht zwei 5 vor. Die sind ja sogar schwarz geworden. Ja, 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 ja. Ich, ich, ja, ja. Habe ich jetzt eine 1 eingebaut? Ne, ne? Habe ich nicht. Okay. Gut. Also es sollte doch passen. 248... Mich würde es interessieren, ob der einem erzählt, wenn man einen Blödsinn rechnet, dass das gar nicht stimmen kann. Oder ob der einfach nur sagt, ja, die Zahlen passen nicht. Also passt doch, ne? 248 durch 4 ist... Gut. 4 mal 60 ist 240. 4 mal 2 ist 8. Passt schon. So. Enter. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall mit ist gleich 6 schon mal gut dabei. Aber eine 4 gibt es nicht und es gibt auch kein geteilt. Gut. Und es gibt auch keine... Doch, eine 2 gibt es. Okay. Dann haben wir, glaube ich, die Zahlen schon, oder? Ich meine, wir haben eine 2, wir haben eine 5, wir haben eine 8, wir haben eine 3, wir haben eine 6 und die 6 ist hier. Wir brauchen ja auch noch ein Rechenzeichen. Also, ne? Das gibt es ja auch noch. Dann sieht es doch schon ganz gut aus. Kann ich denn mit einem Minus arbeiten? 83? Ja, kann ich. 83 minus. Jetzt muss ich... Ja, zum Beispiel... Ne, das ist zu wenig. Ich wollte 25 machen, aber das ist zu... Zu wenig. Ach so, aber die 5 könnte ja... Okay, sagen wir mal, es kommt 65 raus. Wenn 65 rauskommen soll... Ne, da bräuchte ich jetzt aber eine 1. Ne, das ist doof. Ne, das ist doof. Das ist doof. Okay, was ist denn, wenn wir... Ne, das ist auch nicht. Das wird größer. Wir machen mal 85 draus und wir wollen mal auf 63 kommen. Moment. Ich glaube, das funktioniert. Und ich glaube, das funktioniert. Delete. 85. So. Wenn ich jetzt nämlich auf 63 brauche ich 22. Genau. Okay, es ist aber nur eine 2 dabei. Ah, okay, ist jetzt erstmal wurscht. Wir probieren es aus. So, weil dann kann ich schon mal gucken, ob jetzt irgendeine Zahl hier vorne passt. Minus 22 und jetzt käme nämlich raus, ist gleich 63. Dann hätte ich die 3 im Ergebnis. Jetzt können wir mal gucken, ob 63 das Ergebnis ist, was er haben möchte, zumindest. Okay, 85 minus 22 ist gleich 63. So. Passt, ne? Ja. Man ist übelst aufgeregt, wenn man so in einer Aufnahme einfach rechnet. Das ist unfassbar. Das ist wie wenn du aufgerufen wirst in der Schule. Okay, so, Enter. Uuuuh, Baby. Das hat, das hat böse reingehauen. Nice. Also 63 ist das Ergebnis. So. Es geht auch mit einer 8 los. Es wird auch was abgezogen. Und die 2 steht auch hier. Okay. Und die 5 passt, also wird 25 abgezogen. Weil die 5 ist ja an der falschen Stelle nur. Äh, das heißt, ich muss jetzt überlegen. Ah, 88, die kommt zweimal vor. Ah, alles klar. 88 minus 25 ist gleich 63. Nice. Coole, coole Geschichte. Coole Geschichte. Das gefällt mir sehr gut. Oh mein Gott, das gefällt mir ja richtig gut. Vor allem, das ist halt jetzt wirklich rein mathematisch. Also da kannst du nicht plötzlich sagen, da ist ein Wort, was du nicht kennst oder so. Das ist cool. Das ist übertrieben cool. Aber langsam, ich glaube, ich glaube, dann werde ich einfach in Zukunft immer mal so eine Mischung spielen aus den Sachen. Ich kann jetzt nicht, also, wenn ich jetzt alles am Tag spiele, was es so gibt. Von dem, ich meine, es gibt auch noch ein Pokémon, glaube ich, ein Squirtle oder wie das Ding heißt. Äh, es gibt jetzt auch noch, äh, was ist, es gibt von, es gibt jetzt so viele Varianten. Das kann man gar nicht mehr alles spielen. Ich wollte, ich, ich habe damit angefangen. Ich habe das ja nur alleine gespielt, so für mich. Einfach, um so ein bisschen abzuschalten vom Alltag. So, das war der Anfang. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann es ja ein paar Mal aufnehmen. Und nachdem vielleicht so eine Woche rum ist, habe ich ein paar zusammen. Jetzt spiele ich das ja schon, ah, das ist ja schon täglich fast eine halbe Stunde weg. Jetzt habe ich vor allem, jetzt habe ich das Zeug aufgenommen und ich habe dafür noch gar keine Things aufgenommen. Das ist schlecht, das ist nicht so gut. Ähm, ja. Aber das, das ist dann jetzt, äh, ja. Ich glaube, ich packe da dann noch die, die, was mache ich, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt extra? Was mache ich denn jetzt mit dem Zeug? Ich muss, irgendwie muss ich mein Konzept ändern. Wirdel, Quirdel, Nördel, ich werde wahnsinnig. Egal, ähm, nicht euer Problem. Aber das ist cool. Das Mathe-Ding ist richtig cool. So, der nächste Tag. Ich hoffe, also wir haben jetzt schon, glaube ich, zwölf Minuten Nördel oder so in dem Video. Also gucken wir mal, dass wir hier Quirdel, Nördel, Wirdel, Englisch, Deutsch, alles unterkriegen. Aber das hier ist, also das ist aktuell mein Favorit. Nördel ist ja göttlich. Göttlich. Ich meine, das, die erste Rechnung so, da, 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 da kann man überhaupt nicht. Also, da kann man, wow, ich starte die Aufnahme und kriege ich eine, es ist. Egal. Na, da kann man überhaupt nicht, äh, viel jetzt rumprobieren. Na doch, ich will mal was wissen. Ich will mal wissen, ob der sagt, wenn eine Rechnung nicht möglich ist. Also so, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ist gleich Null. Ja, ich meine, das ist eine Rechnung, die ist nicht möglich. Sagt der dann, existiert nicht? Also prüft der wirklich, ob das rauskommt oder prüft der nur die Eingaben an sich? Das würde mich jetzt mal interessieren. That guess doesn't compute. Nice. Okay. Also man kann wirklich nur Rechnungen hinschreiben. Das ist cool. Dann machen wir 1 plus 2 mal 3 minus, shit, das passt nicht hin. Äh. Ich will halt, ich will halt möglichst viele Rechenzeichen, äh. Was haben wir denn aktuell? Wir haben jetzt 1 plus 6 ist 7. Ist 0 7, das muss ich jetzt auch gleich, nein, ich wollte nicht Enter schreiben. Ist gleich 0, also erlaubt er 0 7 oder müsste man 7 aus, also nur die Stelle 7 schreiben. Das will ich mir auch mal ausprobieren. Weil ich meine, es kommt 7 raus, das ist uns bewusst. Erlaubt er das? Okay. Und wir sehen, das ist gleiches an der richtigen Stelle. Und wir sehen, plus und mal kommt beides vor. Aber keine 1, keine 2, keine 3, keine 7, aber eine 0. Aber die ist auch wieder nicht an der richtigen Stelle. Okay, aber plus und mal kommt vor. Das ist schon wieder... Ja, dann muss es ja mal und plus sein. Also geht ja gar nicht anders. Dann muss eine Zahl mal irgendwas, plus irgendwas und am Ende was zweistelliges. Okay. Also wenn wir mit mal loslegen, so würde ich was kleines erstmal mal nehmen. Also 4 mal. Ja, jetzt kann man halt überlegen. 4 mal 6 zum Beispiel ist dann halt 24. Äh, da zählen wir jetzt noch 4 dazu. Nee, 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 4 zählen wir nicht dazu, weil dann hätten wir 3. Nee, hätten wir nicht, dann hätten wir 28. Ich muss die 0 ja noch verwurschteln. Ich muss die... Okay, es wird schon besser. Es wird schon viel besser, weil ich... Nee, 4 mal 6 ist auch blöd. Weil dann käme ich ja auf maximal irgendwas mit 30 oder 20 und eine 2 und eine 3 ist ja nicht dabei. Also ich muss ja auf jeden Fall höher kommen. Mh, machen wir mal 4 mal 9. 4 mal 9 plus... Ich will ja auf 45 kommen plus 6. Nee, jetzt habe ich keine 0 drin. Och... 4 mal 9 plus 4 ist gleich und dann 40. Dann können wir jetzt nämlich kontrollieren, ob die 0 im Ergebnis hier hinten sein wird. Also ob da eine 10er Stelle rauskommt. Oder ob die 0 hier vorne vielleicht irgendwo ist. Könnte ja auch plus 0 dann sein. So was wäre ja auch denkbar. Und wir haben jetzt auf jeden Fall alle Zahlen drin, die wir noch zur Verfügung haben. Und eine 0. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir gucken mal, was passiert. Uuuuh, ist es einfach 9 mal 4... Nee, das darf ja nicht... Nein, 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 ist es nicht. Weil wenn es 9 mal 4... Ich zeige euch das mal kurz. Es gibt hier eine Option, die sagt, kommutative Antworten erlauben. Na, also wenn es 9 mal 4 wäre, würde er es jetzt genauso als richtig werten. Es ist aber nicht 4 mal 9. Aber es muss 36 rauskommen, dann kann es ja nur noch 6 mal 6 sein. Na, also wenn es 9 mal 4 wäre... Äh, 4 und 9 ist jetzt auch raus. Das ist ja nicht rot. Ich bin... Ich habe kurz... Brain AFK. Kennt ihr... Wisst ihr Bescheid. Na, aber, ähm... Wenn die jetzt rot gewesen wären, das wäre komisch gewesen, weil kommutative Antworten sind erlaubt. Und dann wäre halt 9 mal 4 genauso das Richtige wie 4 mal 9. Oh, ich mag Nördel. Nördel ist Beste. Nördel ist absolut Beste. Oh mein Gott, Nördel ist so groß. Weil bei Nördel hast du halt nicht die Probleme, die die Wördels machen. Du hast halt hier wirklich reine Rechnung. Reine Fakten. Du hast hier nicht so, ähm... Kenne ich dieses Wort oder kenne ich das Wort nicht? So, oder irgendwelche komischen Wörter wie Kaki. Das hast du hier halt nicht. Apropos Kaki. Let's go zu Quirdle. Let's go zu Quirdle. Okay, lasst uns eine Runde quirdeln. Ähm... Wir nehmen... Wir nehmen... Anton. Wir nehmen Anton. Er will Anton nicht. Dann... Nehmen wir halt nicht Anton. Dann nehmen wir halt Maus. Da sind ganz viele Vokale drin. Das gefällt mir. Da sind ganz viele Vokale drin. Wir nehmen die Maus. Zack. Okay. Hier kommt ein M vor und ein O. Das O ist an der zweiten Stelle. Dann gehen wir da mal weiter. Das M ist nicht am Anfang. Dann könnte das... Ja... Ähm... Home... Home ist Quatsch, weil... Hold... Aber jetzt fehlt mir ein Buchstabe. Wüsste ich nicht. Hold die oder so gibt es nicht, ne? Ich weiß es ja nicht. Kann ja sein, dass es Wörter gibt, die ich nicht kenne. Aber ne. Okay. Ich muss auch nicht mit H anfangen. Das war nur ne Idee. Ach, ich muss ja M einbekommen. Ja. Äh... Ich muss ja M reinbekommen. Pomm... Pommes. Hä? Pommes oder was gäbe es? Aber ich mein, es ist Quatsch, weil E und S nicht dabei ist. Aber Pommes gäbe es als Wort? Pommes? Okay. Was auch immer das ist. Gibt es Pommes? Oder Pommes? Gibt es Pommes? Nö. Ich mein, wir haben jetzt schon gelernt, es gibt Wörter, die ich nicht kenne. Von daher kann man ja mal ausprobieren. Gibt es Pommes? Nein. Okay. Okay. Pommes. Pompi. Könnte ein Wort sein, was es gibt. Sieht halt Englisch aus. Keine Ahnung. Go. Gomm. Gommes. Er wäre eh dabei gewesen. Äh. Ne. Es ist auch Quatsch. Ne. Ist auch Quatsch. Ähm. Loh, Lohm, Lohrem. Ah, wie kriege ich das M unter? Dom, ne, Som. Ne, ist auch, also wer wüsste nicht, wie es weitergehen könnte, Sommi, Sommi, Song, Songs. Ach, er ist es ja nicht, es ist ja, es ist ja gar nicht am Start, es ist ja gar nicht am Start, äh, weil ich Songs, da ist gar kein M drin, ich hasse, ich hasse alles. Worms, ist es auch wieder das S? Es ist auch wieder das S, aber das ist mir jetzt gerade mal wurscht, weil die anderen Dinger sind ja auch noch da, so, dann passt jetzt das S da oben halt nicht, aber wir können andere Buchstaben kontrollieren und vor allem schauen, ob das M jetzt an der richtigen Stelle gelandet sein könnte. Yes, das M ist an der richtigen Stelle gelandet. Haben wir ansonsten irgendwo noch was dazu gewonnen? Ne, alles andere war es leider nicht so sinnig. Also Worms hat jetzt in den meisten Fällen nicht, nicht den Erfolg gebracht, schade. Aber hier schon, hier hat es das M mir gebracht. Okay, kein W, kein R, kein S. Was könnte zwischen O und M alles so stehen, was nicht, was schon weg ist, äh, was noch nicht weg ist? Olm, Olm könnte da stehen. Was könnte vor Olm, dumm, 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 das könnte vor allem nach dem M stehen. Ich meine, jeder Vokal könnte nach dem M stehen. Wir haben noch I und A. C könnte auch dazwischen passen, irgendwie. Also da könnte noch viel dazwischen passen. Aber irgendwas sagt mir, dass das schon wieder ein Wort ist, was ich nicht automatisch hinkriegen werde. Starten wir mal wieder mit einem P. Po. Wir wissen jetzt ja, dass das M erst an der vierten Stelle kommt. Polm, Polmi. Ich muss halt Wörter ausprobieren, die es vielleicht gar nicht gibt. Einfach, weil sie halt irgendwie sinnig klingen. Aber das ist das Doofe. Polma, ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Pogmi, Pogma. Ich wüsste halt nicht, dass es so Wörter gibt, aber ich muss sie ausprobieren. Popmi, Popmai, Popma. Ich weiß, dass das komisch ist. Aber was soll ich tun? Am Ende ist das irgendwie so ein komisches Wort. Pog. Pogmi. Das sind alles sagen, die hätte ich nie. Also wenn es das wäre, ich habe sowas noch nie gehört. Also erklärt mich nicht für Bescheid, für was für Wörter ich hier ausprobiere. Poom. Könnte man Po-mi, Po-mi? Nee. Nee, es ist, ich glaube, nichts mit P. Wir machen mal das P weg. Co. Oh, was wäre denn, wenn es zwei Os sind? So wie, keine Ahnung, Boom, Boomi. Also, grundsätzlich, möglich. Sind es zwei O? Das ist die Frage, die wir jetzt gleich beantwortet bekommen. Nein. Hat das irgendwo irgendwas gebracht? Ja, hier das O und hier das O. Okay. Scheiße. Okay, keine 2 O. Keine 2 O. Oh, schade. Das bestimmt, achso, ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt noch was mit Y am Ende. Nein. Das Y am Ende ist jetzt schon raus. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil was kann noch nach einem M stehen? Was kann noch nach einem M stehen? Okay. Wie gehen das mal auf andere Wörter? Ganz ehrlich, wie gehen das mal auf andere Wörter? Vielleicht ergibt sich da oben ja noch irgendwas. Ich habe, glaube ich, noch nicht so richtig den Sinn, wie man Quirtle spielt, raus. Ich glaube, ich spiele es noch ganz schön, ganz schön schlecht. Wir machen jetzt hier mal Trove. So, da ist T drin. R ist zwar schon raus. Ja, nee, das ist eigentlich doof. Wobei ich so das T und das V halt kontrolliere. Ja, komm, scheiß drauf. Okay, jetzt haben wir hier das T drin. Jetzt haben wir hier das T drin. Irgendwo ist ein T, aber nicht am Anfang. Stow. Stone, aber Stone kann schon mal nicht mehr sein eigentlich. Aber wir machen kurz mal Stone. Weil ich so das N kontrollieren kann. Ach, scheiß drauf. Okay. Hat es mir irgendwas gebracht? Ja. Ja, hier unten hat mir das was gebracht. Okay. Jetzt kriegen wir ein Wort wert. Ein Wort kriegen wir jetzt hin. Sting. Sting ist denkbar. Für die Geschichte da unten ist Sting denkbar. Sting. Scheiße. Ah, jetzt wird es kritisch. Ich habe nämlich nur noch drei Versuche für alles. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Weil während ich hier Sting eingebe, muss ich ja oben... Jetzt bin ich schon raus. Jetzt bin ich schon raus. Okay. Ich habe ja sowieso nur noch drei Möglichkeiten. Es müssten zweimal die gleichen Wörter. Das geht ja gar nicht. Aber was... Sting könnte es noch sein. K hätte man noch möglich. Okay, das wäre Sting gewesen. Schade. Hier kommt noch ein G vor. Okay, ein G kommt tatsächlich auch noch vor. Ja, das war blöd. Man darf da nicht zu viel raten. Man darf da nicht zu viel... Ah, das war doof. Ich spiele Quirrdl noch viel zu falsch. Ich spiele Quirrdl noch viel zu falsch. Ähm... Jetzt haben wir das G hier. Vielleicht kriegen wir das Wort zumindest noch hin. Ich sage mal, das G müsste am Anfang, weil Ockm... Ockm... Klingt komisch. Ockm... Gomm... Äh, nicht Gomm... 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 Aber guck mal, es ist halt schon gar nicht mehr viel möglich, ne? Gomm... 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 Ganz... Alles merkwürdig. Aber MG kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht OGM in der Mitte. OGM könnte schon sein. Ock... Warte mal, Ock... Gibt es nicht Ockmi oder so? Naja, aber I ist ja schon raus. Ockma gibt es auch nicht. Aber dann habe ich ja schon keine Wörter mehr. Bei Buchstaben. Das ist auch interessant. Warte mal, Holm... Holma? Aber ich habe ja... Also was kann nach M denn noch kommen, außer ein A? In der Situation, die wir haben, meine ich. Es ist raus. I ist raus. Y ist raus. Was kann denn da noch kommen? FOMA? Ich glaube, irgendwie muss das mit einem A aufhören, aber ich weiß es nicht. Ich würde gerne zumindest das da oben noch lösen. Aber ich fürchte, wir werden es nicht lösen. Aber mein Guess ist, das hört mit einem A auf, das Wort. Das ist meine Schätzung. Meine Schätzung ist, das hört mit einem A auf. Aber... Ich habe keine Ahnung, womit es anfängt. Dogma! Dogma! Natürlich, das muss es sein. Wenn es das nicht ist, weiß ich auch nicht. Ja. Scheiße. Scheibenhonig. Dogma. Ja, okay. Immerhin haben wir das noch geklärt. Ja, die anderen... Wie gesagt, es müsste das gleiche Wort sein. Ich habe halt einen Guess zu wenig jetzt noch übrig. Und ich meine, auch hier komme ich nicht sofort auf diese Lösung. Ist P noch drin? P ist noch drin. SPO. Was könnte das sein? SPO. Was haben wir noch zur Verfügung? SPO. 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 Gibt es sowas? Nee. Gibt es SPO. Nee. spolf klingt auch komisch ich weiß spolf ach die ist ja noch die kommt ja noch vorwarte mal die kommt noch vor die kommt noch vor spolt ich glaube ich probiert aber stimmt die kommt noch vor irgendwo aber es muss am anfang sein das d kann nicht nach ist also so kann es nicht sein ist doch so kann es nicht sein dann muss irgendwas zwischen dem und o kommen und dann kommt irgendwann noch ein d okay ich würde sagen es hört mit alt auf was scolt 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 wäre denkbar scolt wäre denkbar ja und oben was was ist denn quote ist das quote das habe ich ja noch nie gehört hatte ich muss mal kurz kurz nachgucken heißt es quote quote wolf der raven ich glaube nicht ich krieg nur quote der raven es ist news auf twitter nee hey was ist das ist quote ja ich finde keine übersetzung bin ich dumm hatte mal kurz übersetzung ich zeige euch das jetzt ich meine ich mache immer scherze so von wegen wörter die man nicht weiß aber ich gehe jetzt mal auf den ponster es gibt es noch mehr übersetzungen quoth he nun denn sprach er quoth verb sprach quote beispielsätze die kommen keine wundert mich jetzt nicht hä was ist was langentscheid was erzählst du quoth ich er sie es selten wie er sie sprach sagte also sowas wie sowas wie ach so sagte der rabe quoth the raven ja genau lassen wir einfach so stehen lassen wir einfach so stehen alles in ordnung alles bestens so lasst uns noch das englische wörtel machen dann haben wir eh schon wieder ich glaube wir machen einfach nur noch nördel das ist das beste lasst uns mit runde starten ich habe keinen bock mehr alter was ist ja danke dann nicht komm es ist bestimmt quoth achso der u und u ist schon raus schade ähm 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 äh ich ich weiß auch nicht mehr okay also es ist nicht trauend ähm irgendein anderes wort was weiß ich äh ja dann sind da zwei e drin ist mir zu wurscht lever so wow wir haben ein l gewonnen okay cool ähm play 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 nee play plug plug gibt es plug ja plug gibt es ist es nicht ja wir haben schon richtig viele buchstaben ausgeschlossen das ist auch interessant äh ich habe schon wieder nicht den hard mode drin ich könnte euch jetzt auch wurscht kässeli slim slim gibt es slim nein jetzt sind wir wieder in der situation dass ah slimy gibt es aber uh okay ich wollte gerade sagen jetzt sind wir wieder in der situation dass die nicht rot werden wenn sie falsch sind das ist voll der luxus da drüben okay schei 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 gibt es schild nein gibt es schilks nein warte was könnte ja auch ah nee kann es nicht er hat sich erledigt schei irgendwie könnte hier also es könnte auch am ende das war so was ich sagen wollte so keine ahnung schicksel schivel ich vertraue ich vertraue also ganz ehrlich ich vertraue langsam den wörtern überhaupt nicht mehr was da für komische wörter wird schon hatten ich muss auch kein h dazwischen sein könnte auch ein t sein t ist auch noch nicht weg stil still 2l warum nicht okay jetzt wird es interessant ich habe noch einen buchstaben der mir fehlt es gibt es schill es will aber schill hätte es auch gegeben wieder nur reines glück gewesen schill hätte es genauso gegeben so was willst du machen also zwischen schill und zwill war halt einfach 50 50 okay hebel naja sind zwei ehes doof willst du anton magst du anton wenigstens als name nein willst auch kein anton okay dann halt nicht dann nehmen wir halt den punkt bester punkt dann haben wir ist also nimmt er track als deutsches wort an ja tatsächlich nimmt der track als deutsches wort an okay ich weiß dass das k doppelt ist es mir wurscht so a in der mitte r a r t kommt vor r t a kann es nicht sein t ist nicht am anfang das bedeutet aber es muss mit art aufhören grundsätzlich wäre start auch noch denkbar ok na starb nein stark ist raus starry staro starp will er starst einfach als mehrzahl haben nein nein ich meine wir sind auch nicht im englischen ich habe jetzt schon an die stars also prominente gedacht hä welches bin ich dumm starp gibt es nicht starp habe ich probiert starp Nee, Starks gibt's auch nicht. Starde kenne ich auch nicht. Starf? Starge? Starre mit H? Hä? Staro? Starri? Ach, Starr! Starr! Selbstverständlich. Alles klar. Ja, Mensch, das waren ja also. Also, Nerde muss ich sagen, ist cool. Die Wörtels gehen mir langsam auf den Keks. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.